wir haben wir fast alles verbaut ich kann doch mal die liste von jahr durchgehen vielleicht kommt vielleicht weißt du denn was wir noch brauchen wo hat er das dann geschrieben habt hier melonen kürbisse genau aber kürbis hier müssen wir erst machen wir ein ein kanzler her so sand haben wir kies haben wir stein haben wir erde zauntreppe holz eis und schnee siehst du aber wir haben keine behutsamkeit aber schnee können wir machen eisengitter hast du eisengitter schon eisengitter habe ich nicht mach mal lohne kürbis kürbis kannst mitbringen loden können wir jetzt mal noch nicht machen blätter haben wir pisten pisten kannst du bauen tnt redstone block habt ihr den schon ja haben wir schon da wollte ich jetzt bauen warum geht der sarg nicht auf weil ein zuhälter drin liegt ja hat so ein kleines taschenbuch hat er gesagt dass er mal geschenkt bekommen hat ja geschenkt bekommen dass er selbst so ok coach kinko schaut auch ein raus was ist passiert wenn ein mathematiker aus dem fenster springt und nach oben fliegt ein vorzeichen fehler was ist passiert wenn ein aus dem fenster springt und nach oben fliegt ein vorzeichen fehler aus dem fenster wiederholt den witz von sehr was macht ein mann ohne beine sack hüpfen den hatten wir schon stifler blumen können wir auch pflanzen spargel herne und weizen wo ist die music box die brauchen wir noch die können wir auch verbauen wir können neu bauen der motor hat einen witz rausgehauen was macht man wenn ein epileptiker an der badewanne ein an der anfall bekommt man tut wäsche und waschpulver dazu der ist böse der ist gemein so steinziegel siehst du bringen mit ein bisschen kies können wir auch noch mal ein bisschen hier haben auch noch nicht so viel pilze und sowas hast du sowas noch dabei irgendwie wieso können lehrer nicht tauchen weil sie so hohl sind lehrerwitze wie kommt ein libra kranker über den zaun das wird böse das weiß ich schon ja stück für stück wieder was alter ich als krankenpfleger aber schwarzer humor ist voll mein ding ich habe hier fünf pilze aber fliegenpilze haben wir nicht ich bringe mal noch mal eine seerose mit hast hast du irgendwo fichten haben wir irgendwo fichtenholz noch also stämme 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 habe ich mitgenommen bräuchte ich wenn ihr irgendwo so eine so eine holztreppe oder eine steintreppe in die wand setzt oder sowas ach woher und ein fechtenholz stamm laptop eskaliert gerade weil der geht die ganze zeit an und aus ich gehe mal noch schnee holen kinko gerade hat noch ein witz raus gehauen welche tiere können keine elf meter schießen der mode schreibt ich habe letztens tausend paar schuhe für griechenland gespendet die kamen wieder zurück waren arbeitsschuhe oh man jetzt geht los hier jetzt geht los aber passt passt so jetzt muss ich erstmal bis zur schneewelt rennen siehst du ein spargel wir können auch einen riesenpilz züchten ne ja dafür muss es aber dunkel genug sein glaube ich ne nee der oberfläche kannst du sogar dann brauchst du halt myzil für oder nee nee du brauchst nur den pilz pflanzen und damit dings eigentlich mit ich hab das bei mir auch mal probiert und da funktioniert der ist immer nicht echt ist das echt mit dem scheiß myzil kack machen da siehst du ja gleich ich muss ja erstmal in die schneewelt rennen ich kann das jetzt nicht testen gematzel hello welcome to the stream jr schreibt die besten witze sind zu lang zum schreiben war das ein witz dann riech jetzt mal den links auf haha die besten witze sind zu lang zum schreiben stiffy hat einen witz gepostet hier die polizei hat einen penis gefasst er hat gestanden so der fußboden ist ja schon bedeckt hier jetzt oh ne ne jetzt meine schaufel ich hab noch eine schaufel sehr gut das ist rot und steht ja hinter dem baum was denn ein grünes fahrrad das ist rot steht hinter dem baum ein grünes fahrrad das ist der witz ich hab die flachwitz seite aufgemacht yeah jetzt gehts richtig ab hier ein wunder das wundert mich grad wenn wir hier so eine flachwitze erzählen die total dumm sind dass da zwölf zuschauer hier gerade zugucken ja weil der scheiß witzig ist oh gott ja fremdschämen ist auch lustig ja fremdschämen ist auch lustig irgendwo an der wand boah irgendwas zum lachen was haben wir noch wo soll ich denn die eisengelder haben was ist weiß und schwarz und auf einer schaukel irgendwas anderes ein schwinguin ein schwinguin yeah da da aber da muss ich schon lachen ein bisschen da musst du schon ein bisschen grinsen Janik oh ja welcher ist der größte dom der welt der kölner dom da passen 4000 menschen rein und welcher dom ist der kleinste der welt na 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 der kondom da passt nur einer rein und der muss auch noch stehen harte schwede alles stiffy stiffy lutschen bis das weiße kommt kinderriegel der ist alt stiffy mach ein Witzebuch auf oder such bei google flachwitze so wie ich gerade genau flachwitze einfach eingeben bei google und dann findest du da schon welche egal wie tief du schläfst albert schläfst die ein stein ja warte lustig tra weit feier das das war das falsche holz oder was ist das richtige fichtenholz wieso kann ich kein kauf und an fichtenholz setzen ja an dschungelholz mist hast du dschungelholzer das geht nicht was ist grün und springt durch den wald kommen wir gleich mit ein rudelgurken wo ist der witz gucken sind keine rudeltiere sexo city schreibt holt euch bitte das spiel worms spagert schon wieder nachgedacht wenn das mir bezahlt soll ich mir ich habe es damals gespielt gibt es jetzt ja auch auf ps4 ach ich schlafe ich jetzt gleich auch und nach der nacht gehe ich mal rüber und gucken wir mal die häuser an vom mann und vom blazy lebt ihr noch albert schläft wie einstein schöne scheiberser janik sitzen zwei wolkenkratzer im keller und bauen eine atombombe was ist falsch pudding hat keine gräten was ist das für ein scheiß gematzel fragt alles klar bei euch bei mir ist alles klar bei euch spargel janik blazy ja manu alle klar sehr gut alles klar kommt eine frau zum zahnarzt sagt herr doktor ich habe zwei löcher sagte arzt moment da muss sie noch den kollegen holen schreibt der mojo du kannst du ps4 jetzt nicht sprachgesteuert bedienen sorry so blazy dann erklär mir mal dein häuschen und erklär den zuschauern mal dein häuschen mein häuschen kleines ein mann häuschen wo man einfach den schlaf sehr schön sehr cool sehr cool sieht schick aus klein aber sehr fein richtig schöne bunte treppe gefällt mir jawohl hammer kann so ein keller bauen da geht es gleich in die höhle rein direkt so genau manu keller du hast jetzt die chance die zuschauern oder konkreter vorsicht ich habe kein schwert hat einen schwert vorsicht ja gleich wieder zubauen erde mit sogar denn der hand ist schwer gut manu dann erklär uns mal dein häuschen schön eingang kleiner garten schönes blumenfeld sehr schön ein pferd hast du selbst auch geholt dann fährt schon sehr gut sehr cool welcome to my home dann gehen wir mal rein mtv crips ja die einrichtung ist noch nicht so da wie ich mir vorstelle aber hier ist das wohnzimmer sehr cool eine couch das weiß ich auch noch nicht was das werden soll ja alter schwede in der kurzen zeit wahnsinn manu ist immer der kommt rein zack stunde später hast du ein dorf stehen krass time to sleep terrasse mit schönem ausblick sehr und auf janiks haus sehr geil ich mache mir den schönsten ausblick hier noch ein dachfenster sehr cool jetzt gucke ich mir das mal von allen seiten nochmal an von außen und ich kriege gerade so viele kommentare rein die werde ich gleich alle noch vorlesen aber erstmal gucke ich mir das nebenbei öffnen wird weil es gut mit gucken kann nachher anstieg habe ich noch ein steg zum angeln sehr sehr geil sehr geiles haus manu hier ist eine treppe falsch rum auf dem dach ja hier an der einen seite die hat sich umgedreht ich habe noch zu lassen kannst du verlassen und so aus wie jedes haus ja richtig das ist der schornstein also geil aus der ist die dichter haus so janik du bist ja noch nicht fertig mit deinem haus da muss ich noch warten lange nicht muss der controller kaufen fahren fußball ist wie schach nur ohne würfel das kann doch mal von lothar matthäus glaube ich ne der das doch glaube ich mal rausgehauen irgendein fußballer das war rausgehauen ich glaube lothar matthäus war hat stiv schreibt was ist schwarz und in der mitte weiß meine mich schnitten ja ja sitzen zwei schafe auf dem baum und stricken atombomben fliegt ein schwein vorbei sagt das eine schaf sachen gibt es plötzlich eine explosion ein schaf schwarz fliegt der schwein zurück und fragt was ist passiert antwortet das andere es halt eine masche fallen lassen so kenne ich dann ja noch da was ja schreibt die treppe macht das haus hässlich damit es in die welt passt ach so play sie hast du die treppe so gebaut damit es hässlich aussieht aber es sieht nicht hässlich aus gut aus das ist das problem play sie sagt gar nichts mehr das war doch gar nicht meine treppe war das nicht die manche ja nicht die treppe keine ahnung ach so die da oben auf dem dach ja genau ich dachte jetzt deine verschiedenfarbige treppe habe ich gedacht dass er die meint ja genau das macht das stückchen hässlichkeit für die welt so gut spargel bist du schon weiter da hinten so jetzt wollte ich mir eigentlich mal knochen mehr gucken holen und dann mal gucken ob das klappt das ist ja mal das dachtreppe haben schon gekriegt so was tierer trocken kann ich das reinhauen und einmal daraus so stevie schreibt schönes haus spvg wie lange braucht man für das haus ja wie lange hast du dran gebaut dreiviert stunde 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 aber ich kann auch noch schneller hier kann man gar kein pilz mehr pflanzen oder was hat der fag nee da muss das ausreichende lichter dafür sein das kannst du nicht landen echt das war es sonst nicht so ich muss meine mitteilung ausmachen aber da habt ihr wieder bildunterbrechung solange hier nicht so viel einladung reinfliegen lasse ich die noch an das sieht schon krass aus so an den pilz werden wir jetzt nicht groß kriegen weil jetzt nicht platz ist denke ich mal und ich weiß auch gar nicht ob das auf erde jetzt überhaupt geht ich denke nicht das ist das zu klein hier darum lassen dass du die kakaobohnen jetzt gelassen die habe ich momentan bitteschön ich habe den kanal irgendwann mal eröffnet ich habe den schon lange gehabt aber auch nie was drauf gemacht irgendwie an videos habt ihr nur so genommen zum abonnieren und zum liken und kommentare schreiben und so und ich weiß gar nicht warum ich angefangen habe gedacht einfach mache ich mache ich mal wir hatten uns mal unterhalten bei einer anderen welt wäre mal schön das zu sehen wie es vorher aus wie das alles so entstanden ist und man hat irgendwie nur ein paar screenshots aber auch nicht von ganz am anfang das sind halt ein bisschen blöd da kann man nicht alles nachvollziehen ich gedacht warum machst du nicht gleich mal so ein stream draus kannst du irgendwann nochmal angucken wie das alles entstanden ist und ich habe es als stream dann halt auch gemacht weil dann ist erstmal interaktiver so wie jetzt wie die leute jetzt mit daran teilhaben können witze schreiben können fragen stellen können mit in die welt reinkommen können das macht das ganze noch interaktiver und man kann sich halt dann im nachhinein noch mal auf youtube anschauen genau als erinnerung sozusagen ich habe den kanal jetzt nicht groß eröffnet um jetzt viele abonnenten irgendwie zu kriegen oder um irgendwie erfolgreich auf die zu werden das ist heutzutage gerade in den letzten let's play szene sehr sehr schwer fast unmöglich wenn man irgendwie was ganz spezielles macht und eine ganz spezielle person ist und nicht so ein arschloch wie ich also heutzutage wird das eh nichts mehr erfolgreich sein aber es gibt sogar leute die gucken regelmäßig zu und sind immer bei den streams mit dabei zum beispiel der blazy der mojo oder lpg mehr steffen das sind stammzuschauer jetzt schon geworden und echt toll wenn man so so eine so ein ding startet eigentlich nur für sich und für leute die hier mitbauen so als erinnerung wenn dann noch leute dabei sind die spaß daran haben die sich das gerne angucken das ist doch ein super nebeneffekt ja und es macht einfach spaß so interaktiv hier zu zocken und andere leute können sich daran beteiligen können hier fragen stellen witze posten themen vorschlagen verschlagen mit zocken das ist eigentlich das coole daran das macht auch sehr viel spaß jetzt haben wir den mund fußlich geredet ich hoffe da die erklärung reicht hier genau so mehr stifter fragt habt ihr schon eine stadt gebaut stifter so schnell geht das in minecraft nicht wir sind nicht im kreativ modus wir sind im survival modus da braucht man ein bisschen länger für sind viel länger ein bisschen viel länger guckt jetzt let's show an auf meinem kanal da kannst du sehen da haben wir schon nach stadt noch nicht aber ein großes dorf ein großes drauf gebaut so mojo schreibt meine frau sagt ich behandle unsere drei kinder unfair ich sagte welches philip paul oder den fetten hässlichen stifter fragt sehen wir uns bei gta dave muss aus dem stream raus vielleicht komme ich später noch zu gta mal schauen wie lange wir überhaupt noch streamen und danach gucke ich bestimmt noch mal kurz in gta rein dennis 207 schreibt der raum haha ja dennis wir versuchen den hässlichsten raum in ganz minecraft zu bauen bisher sieht es auch noch ein bisschen hübsch aus ich weiß es wird langsam schon wieder zur abstrakten kunst aber wir bemühen uns das so hässlich wie möglich zu machen aber wird schon wieder dunkel stifter muss raus aus dem stream wegen internet alles klar stifter rein viel spaß in gta wir sehen uns wenn nicht heute dann morgen oder die tage du sagst aber immer auf deinen kanal an wann ein stream kommt fragt er ist sex oder die ja richtig also es gibt ja diesen minecraft stream da habe ich ja jeden tag so 28 minuten folgen raus und wenn jetzt die folgen zu ende sind von dem jeweiligen stream dann mache ich immer ankündigungs folgen so zwei drei vier tage vorher und dann heißt die folge auch immer live stream ankündigung später benenne ich die wieder um wenn der live stream dann vorbei ist aber erst mal heißt sie dann immer live stream ankündigung da kann man dann reinschauen und dann erkläre ich genau an welchen tag um welche uhrzeit wir streamen sonst kannst du auch auf facebook da kündigst meistens nicht an aber da poste ich auch noch mal die folgen da kann man auch immer reingucken ja also eigentlich kriegt man immer mit wenn man sich ein bisschen auf meinen kanal umschaut wann der nächste live stream stattfindet 325 kommentare so irgendwie habe ich die ganze zeit nicht gearbeitet weil ich hier gelesen habe ich arbeite mal wieder ein bisschen dann müssen fertig werden genau geben erstmal schlafen zeit für die haja dennis fragt kann man ab 12 joinen es ist prinzipiell immer möglich jemand zwischendurch mal einfach mal spontan reinzukommen besser ist es immer wenn man vorher mich anschreibt und dann kann man sich den termin ab machen für den nächsten stream dass man dann gleich von anfang an anderen beiden mit dabei ist was ist ein bisschen umständlich mal jedem das zu erklären mit der party und stimme zu lassen und so was aber normalerweise ist es möglich spontan nachzujoinen sowie man und blazing ist heute ganz spontan mit reingekommen aber dann ist es auch schon genug wir sind jetzt hier zu fünft auf dem server und wenn das noch mehr werden dann wird es ein bisschen unübersichtlich wenn dann alle irgendwie dazwischen reden guter blazing und der manu sind jetzt ziemlich ruhige gesellen aber sonst jetzt ist ein bisschen schlecht weil wir jetzt echt schon fünf leute sind das ist echt schon sehr viel aber schau auch gerne dann auf youtube vorbei wann wir den nächsten stream machen schreibt mich am besten an und dann kann du das nächste mal mit dabei sein dann ist der platz für dich gesichert gilt auch für alle anderen die gerne mit dabei sein möchten sich hier verewigen möchten in der welt einfach mitbauen wollen mithelfen wollen einfach anschreiben ich werde schon antworten entweder facebook psn youtube twitch hier mein name nummer dave dave unter den namen findet ihr mich überall auf der ganzen welt nein aber auf den ganzen seiten der vorteil ist bei wenig zuschauen ist die fragen kann man schon langsam lesen ja das stimmt wenn ich jetzt wenn wenn ich daran denke wenn gronk oder so streamt der kann ja gar nicht alles vorlesen das ist jetzt hier das gute wenn man wenig zuschauen hat dass man sich alles echt durchlesen kann und auf alle fragen eingehen kann das ist echt das gute weil sonst kommen für gronk ist das gar nicht möglich der wird wahrscheinlich auch liebend gerne alles vorlesen das geht er ließt eine von 100 mal vor oder sowas das war es dann aber sonst mit dem alter und so hat das nichts zu tun mit nachscheinen ab 12 das ist minecraft hat keine altersbegrenzung wenn wir jetzt gta stream würden würde ich da mich nicht so erfreuen 12 jährigen mit rein zu lassen weil das spiel halt ab 18 ist aber solange es die altersbeschränkung zulässt könntest du auch bei uns mit rein scheuen so gelbe blumen habe ich noch nicht gepflanzt das ist ein bisschen ein bisschen zu viele warzen finde ich nirgendwo sparen sie zu gut aus meistens er ist stu gerade ist was ist windbeutel gar nicht kann nicht drauf ich habe ihn nicht mehr gegessen das sind die 100 jahre nicht mehr ich darf ja nicht da war es mir verboten schade wir haben keine ranken für was ach so hol dir eine schere kannst du ranken ab ah ne musst du weit rennen stiff schreibt bin zurzeit geschlossene kurssitzung könnte nachschauen ja später waren fertig sind hier sind wir nicht da geht genau erst nachher wenn wir hier fett